Seid gegrüßtete Party People und lasst nun einwirken, was euch eure Lieblingskita Toms und Maltes Breakfast Club am kommenden Mittwoch für alle aufgeweckten Äuglein zu bieten hat. The Day of the Incredible Monster from the North Pole. Ein himmlisches Kino-Action-Adventure von Regisseur Michael Polklesener für die Kleinen und die Großen. Darin geht es um zwei abgefahrene Puppenbuddies und ihren Struggle gegen ein mächtig miesgelautes Monstrum vom Nordpol. Zusammen mit ihrem Kumpel, dem grünen Friedensfighter, schlagen sie die Echsenplage in die Flucht und retten ihre Stadt somit vor weiterem Klima-Trouble. Euch erwartet eine irre Mischung aus Animation und Puppenspiel, bei der kein Auge trocken bleibt. Ein Endgame der guten Laune, zu dem auch eure Ellies herzlich eingeladen sind. Da heißt es gleich nach dem Elternabend ausnahmsweise Sandalen ausziehen bei unserem Screening im Gemeinschaftsraum. Für ausreichend Kannen an Shy Latte ist gesorgt. Unsere bewährte kalte Platte Tofu, so wie eine Handvoll Leckmuscheln für unsere proto-veganen Community-Members gibt es gratis dazu. Lasst die Wurries zu Hause und freut euch auf Monster Magic Satt. Hier bei uns in Tom's and Mulch's Breakfast Club in Prenzlauer Berg Nummer 26 mit The Day of the Incredible Monster from the North Pole. hoooohh